Und damit sagen wir Hallo und herzlich willkommen liebe YouTube-Freunde zu einer weiteren Runde World of Warcraft. Endlich wieder. Endlich ist es wieder soweit. Ich kann ihn wieder aufnehmen. Ich habe einen neuen PC und habe es endlich geschafft, den so einzurichten, dass ich vernünftig aufnehmen kann. Heute auch wieder mit dabei der liebe Trundus. Heile schön. Und ja, wir sind jetzt hier in... Achso, ich muss erstmal wieder... erstmal gleich annehmen hier. Die Weltquist. Glaube ich, ist das doch? Ja, genau. Und ja, wir sind halt hier und... Ja. Ich bin total falsch gelaufen, David. Warte mal auf mich bitte. Ich bin schon wieder in einem Falschen hinterher gelaufen. Aber... I don't know. Das macht nichts. Ja, ich bin hier. Alles gut. Du musst mich heilen, weil ich habe vorhin... Ich war vorhin im Single-Modus unterwegs. Und ich habe so die Hucke vorgekriegt, Alter. Seitdem wir irgendwie neulich umgebaut haben, muss ich sagen, gefällt mir das nicht mehr so. Du musst die Kommo wieder ein bisschen reinkriegen. Ja. Ich hoffe, man hört es klicken nicht mehr so stark jetzt. Ich habe auch ein bisschen was am Ton geregelt. Hoffe ich zumindest, hat es jetzt... Der Ton ist und ich gleichlaute. Gleichlaute. Das ist immer... Ich hoffe, dass es auch so weit in Ordnung ist. Schauen wir mal. Ich kann allerdings nicht auf die Zeit achten, weil ich jetzt keinen zweiten Bündchen dran habe. Ich kann das schon machen. Erstmal für die ersten paar Folgen jetzt... Nicht wundern, warum Leute in der Gruppe kommen. Ich habe hier ein sogenanntes Add-On am Laufen. Weil wir beginnen hier gleich mit der Welt-Quest. Voll. Na dann los hier. Welchen nennt? Einfach. Komplett hier. Alles oder? Einmal den ganzen Raum hier pullen. Alles klar. Kommst du damit einfach zu mir und ich schnitzel das alles weg. Heilung ist raus, also daher. Heilung ist raus. Hat er hier sehr echt, hat er das. Geht schöne Erfahrungspunkte. Äh, Erfahrungspunkte. Meint eigentlich Gier, aber. Äh, Erfahrungspunkte. Erfahrungspunkte, wir sind ja schon High-Level. Ne? Oh Gott, das ist wie du bist. Du bist auf einem High-Level reingetreten, ach so schön. Warum bist du High? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, um nochmal... Ich sag dir, ich hab ein neues System, um nochmal darauf zurückzukommen. Äh, würde ich euch... Das ist wie ne Scheiße. Halt's Maul. Das ist jetzt ein... Ich nenn's mal erweiterte Gamer-PC. So nenn ich ihn jetzt mal einfach. Ist auf jeden Fall... ...vom Prozessor her nicht ganz so gut wie meine. Aber ich muss sagen, die Aufnahmen, die ich damit machen kann, sehen bisher ganz in Ordnung aus. Kann man machen auf jeden Fall. Und... Ob's streamen geht, weiß ich nur nicht. Das hab ich jetzt noch nie ausprobiert, weil ich hab heute erst... Äh, hingekriegt, irgendwie... Keine Ahnung, was das war. Den vierten Kern freizuschalten. Ich konnte heute... Sonst hab ich nur immer gespielt auf drei Kerne irgendwie. Und das hat er wohl nicht gemacht. Da mochte er die Aufnahme nicht. Hat den immer gelebt im Spiel und bla bla bla. Und heute hab ich das irgendwie hingekriegt, den... So zum Laufen zu kriegen, dass das alles läuft. Naja. So, äh, bist du fertig? Ja. Hab ich fertig. Na, dann geh mal aus der Gruppe raus. Ich muss sich dafür wieder neu einladen. Ist ja nicht schlimm. Ich bin raus. So, Gruppe. Annehmen. Boah, jetzt hab ich auch kurz ein Battle-Tag gesehen, auch ist mir doch egal. Bin ich jede Sorgen. So, was haben wir denn noch jetzt hier? Warte mal, dann komm mit, dann gehen wir mal da runter. Ja. Geh mir zu den nächsten. Achso, äh, unser Fliegebesen existiert nicht mehr. Ja, Halloween ist vorbei, ne? Ja. Also, von daher. Also, dann steigen wir mit noch mal auf vier. Oder so. Ja, jetzt müssen wir gleich mal hier runter. Huh. Boah. Wir springen noch. Haaaaa. Au. Ich bin zu weit gesprungen. Ah. Nein. Oh, siehst du stirbst. Nee. Hol mich wieder, hol mich wieder, hol mich wieder. Kann ich? Hol mich wieder, hol mich wieder, hol mich wieder. Los, 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 los. Ich will nicht sterben. Nein. Ich stirbst nicht. Ich retze dich. Gar kein Problem. Da, da. Pala rätzt Höhenpriester. Jetzt muss man halt das hier machen. Da halt bestimmte Sachen töten. Echt? Okay. Ja. Schauen wir mal, ob wir da so hinkriegen. Ja, bestimmt. Du willst schon sterben. Ja. Ich denke auch. Action on, die in der Fresse kriegen wird. Kommt dahinten erstmal gleich das erste. Kommt mal gleich ein bisschen mehr hier, sonst macht das ja keinen Spaß. Kommt mal mit. Beide. Oh, es wäre jetzt so richtig klein, wenn ich jetzt einfach mal die Heilung einstellen würde. Oh, das könnte böse werden. Ich glaube, dann würde ich auch richtig in der Schnauze kriegen. So, dann schau mal mit auf vier. Ja, dann musst du auch stehen bleiben. Oh, oh. Was? Oh, yeah. Hurra. Ab die Pause los. Wir gehen. Wie? Denn wenn es am schönsten, man soll gehen, wenn es am schönsten wird, ne? Oder wie sagt man? Wir gehen, ja, ja, wir gehen. Keine Lust, keine Lust, sich mit der Alli jetzt anzulegen. Nicht so wie gestern Nacht. Warum? Mystic Plus Stufe 9 gelaufen. Oder Mystic erstmal komplett Pvp-Schlag gehabt. Okay. Naja. Kann man machen, muss man aber nicht. Oi. Wollen wir hier machen? Hallo. Na Ben, die Hen. Na Ben, die Hen. Da, Damen und Herren. Ey, ich will doch hier. Bist du doof, Alter? Ich habe ja ausgesehen, Ali angegriffen. Das ist halt scheiße, dass du die Ali's dann automatisch am Target nimmst. Das ist halt so ein Gegner, ne? Ja. Leider. Aber na ja. Und er war. Schauen wir mal. Aber zwei müssen wir jetzt noch töten. Die sollen irgendwie in die Richtung hier sein. Na ja, hier. Ich glaube, das ist auf dem Boot, ne? Kann sein. Äh, hier. Schau mal drauf. Hast du noch keine drei fertig? Na, ich habe jetzt noch den ersten Matt Postkotz getötet. Ja, der ist, der ist, der ist, der ist, der ist, der ist hier oben drauf. Er ist auf dem Schiff. Ja. Ich dachte, du hast nämlich auch nur noch einen, weißt? Ne, ich glaube noch zwei. Und Rüstmeister Zollix getötet. Oh, und tschüss. Tschü, 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 tschü. Da fahre ich doch wieder nach Hause. Na, bei mir ist es fertig. Hat er bei den letzten aufgezählt? Ja. Jetzt muss ich nochmal zurück aufs Boot. Ja. Und den anderen Kollegen da weg klatschen. Ja. Also, ich habe gestern die 40.000 Marke geknackt und bin jetzt wieder auf 32.000. 40.000, hä, wat, wie, wat für ne Marke? 40.000 Gold Marke habe ich gestern geknackt. Achso. Bin aber auch gestern Abend dann auf 32.000 wieder runtergefallen. Kannst du mal sehen, die gar nicht Geld gehabt. Ja. Ich bin jetzt auch wieder bei 4.200 Gold. Also, es läuft. So, welchen muss ich jetzt hier weg klatschen? Einfach darauf, einfach, einfach darauf. Am besten nimmst den kleinen. Hups, ich habe den Ali runtergeschmissen aus der Seen. Oh, der kommt gleich wieder. Oha. Ich will hier nicht runterfliegen. Ach, siehst du schon nicht. Wäre nicht so angebracht. Ist gleich down. Ja. Machen wir die Küsse mir auch fertig? Mhm. Gut, na dann, würde ich mal sagen, dass du... Das sind du. Ich stehe unten. Bin schon runtergelaufen. Kann man schütteln? Ich stehe unten mit mir. So das. Von der Maut runter. Dann schwebe. Wohin? Ich kann nicht mehr schweben. Du, Maus hochdrücken. Geh nicht. Achso, wer war da aus der Gruppe bist. Willst du mal aus deiner Gruppe ausgehen? Bin ich doch. Lass das doch. Willst du mich in der Gruppe einladen? Hä? Sie können sich einer Gruppe nicht anschließen. Bist du noch in der Gruppe? Nein. Nehme ich auch nicht. Was ist das für ein Kram jetzt? Schmiert der Server ab? Keine Ahnung. Hm. Ich mach kurz einen Relog. So. Hä? 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 Wartum, Asker, das Vlog? Ich mach kurz einen Relog, ja. Weil ich muss es jetzt gerade komisch. Ja. Ich glaube, der Schmierkopf hat er in der Gruppe abgelaufen. Ja, dann würde ich sagen, Sie wohnen in der nächsten Folge wieder, oder wie? Da ist die Folge ein bisschen kürzer. Nö, 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 nö. Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Nö. Oh. Oh. Exzellent. Nö, nö. Nö, nö. Nö, nö. Nö, 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 nö. wach wird die Fähigkeit und dann die Gruppe du musst auch die Leute tun ja ist der Tat wird in oder war Kürtel so ein schluck auf alles für dich nächstes target läuft hier hin hast du jetzt schon zwei von irgendwas oder ja zwei von sechs wir können auch vermehren so warum spotte mein paar wir müssen nachher eh einmal was tiefer weiter runter und die erste ja jetzt brauchen wir noch ja glaube ich die zwei die wir befreien müssen und 6 sondern spieler mal da den einen befreien ich gehe mal den nächsten befreien das schaffst du nicht da warst du zu langsam ja muss sowieso die tage mal oder mal gucken dass ich mal mehr auf tempo gehe ich weiß nicht ob der tempo was mit der körpergeschwindigkeit also mit der charaktergeschwindigkeit hast du deine ganzen bachs auch an und so ja hättest du ja dann im gegen fall auch vielleicht ein reitte fixieren können oder so aber das muss man halt im nachhinein einfach sehen geh mal geradeaus durch wenn wir die beiden da vorne ja mal gucken vielleicht gucken wir das nachher nochmal bei dir an dann muss ich mir nochmal die die stats genau aufschreiben die du brauchst dann guck mal das nachher an ja ich laber die beiden hier an mhm das ist wie er tun also ja was kann ich dafür weg angegriffen werden du musst die ihn stunnen ach ne du hast doch doch du hast ihn stun eigentlich mal gucken vielleicht brauchst du deinen charakter nochmal um mal gucken sich mir doch mal so direkt erstmal angucken so jetzt brauchen wir noch vier warte mal komm mit doch hiervon irgendwie schon rum rumkrakelen die sehen jäger jäger hat irgendwie gerade Boxer und Jäger auf den Deckel zu hauen ne Überlegung ist es gerade wert irgendwie ach ne ich habe doch keine Lust ja das ist hier gar nicht was haben wir denn noch eigentlich so oh dann haben wir heute schon die ersten paar Worte Spanisch gelernt ne ne alter espanol espanol ja hola na was heißt er das ist ja eher so tach tach und tschüss so nah guten Tag ja kannst du mal sehen ein brenner Steers hast du überhaupt Dings ne ja gut hast du eigentlich bei dem anderen schon angerufen bei Dings ich habe ihn geschrieben neulich hat er doch gelesen aber hat sie noch nicht gemeldet ich habe ihn angerufen und er sagte dann halt von wegen dass er noch nicht da war und er dann noch mal hin wollte so ein so einen brauchen wir noch davon oder wann ja deswegen gehst du schon mal runter aber müssen wir hier gleich einmal auch das Wasser ich werde angegriffen ich fasse das nicht ist das dein Ernst kommt alle her gar kein Problem mach euch fertig gar kein Problem ich muss sagen die spanische Sprache ist echt schwer alter also ich meine vieles ist selbst erklären was du da so hörst ne aber ich muss schon sagen hat schon hat es schon in sich oh ich habe gerade ein bisschen geschnittert wollte ach du bist sauber am kämpfen ne ja vor allen Dingen vor allen Dingen wir kriegen ja morgen erst die Bücher weiss morgen können wir erst richtig was lernen so und heute haben wir nur so paar Buchstaben gelernt von wegen äh oder paar Sätze so was wichtig ist weiss wie heiße ich wo wohne ich wo komm ich her was möchte ich weiss ja hier runter also aber man merkt die man merkt die Frau mit der wir das machen die kommt ja richtig aus äh Spanien weiss irgendwo da ja und da merkt man bei der merkt man wirklich dass die ich meine sie ist nur keine deutsche ne aber sie ist der deutschen Sprache auch nicht wirklich mächtig also sie gibt ihr bestes ne ja ja aber so wie gesagt also ich muss mal gucken also für mich wärs ehrlich gesagt irgendwie nicht so hast du einmal geschmissen was ja 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 ist hier ne kiste ne ne alles klar ey Arne hm und teilt nicht ob es zu spät ins spät mit dem Ort Tic Tic Kostock und von der Welt die eigentlich die Kinder sagen das war's mit dieser Folge ob es in der nächsten Folge bis Tunus und ich sagen tschau und auf Wiedersehen bis dahin und tschüss